Hey Leute und willkommen zurück bei The Evil Within. Ja, wir sind jetzt hier draußen in der Stadt. Und da hinten ist die Beacon-Heilanstalt, Nervenanstalt, Nervenklinik. Ich weiß es nicht, wie man es am besten ausdrücken soll. Und ich glaube, wir müssen eigentlich gar nicht groß nach irgendwelchen... Oh, ist das was? Was? Wir hatten ja in der letzten Folge diese Schnecke, wo dann plötzlich die Herzen aufgetaucht sind. Und ich habe mich gefragt, was das soll und ob wir noch mehr von diesen Gegenständen hier finden. Wahrscheinlich, ne? Da muss ich dann mal die Augen offen halten. Ja, was ich sagen wollte, ich glaube, sonst müssen wir uns gar nicht groß umgucken. Ich meine, wir können ja sowieso nicht wirklich was finden. Das sieht aber schon krass aus, ne? Ist schon richtig cool. Holy shit. Ah, wir haben sogar noch eine Axt, sehe ich gerade. Oh oh. Hier rüber. Da bricht doch jetzt gleich wieder was ein. Ich bin gerade ein bisschen beeindruckt. Das gefällt mir echt richtig gut. Oh oh. Oh, hi. Oh. Von hinten. Gut, habe ich verpeilt leider. Ich hätte ihn von hinten stoßen können. Ist jetzt natürlich ein bisschen spät. Oh, was ist das hier? Oh, ein Eintrag. Rubens Experimente erfordern mehr und mehr Testpersonen. Und ich muss leider sagen, dass sie ebenso leiden wie seine anderen Patienten. Wenn nicht mehr. Zum Glück finden sich in Beacon und der Stadt mehr als genug entbehrliche Personen. Ich sollte mich wohl schuldiger fühlen, aber den hypokratischen Eid habe ich schon lange gebrochen. Das wissenschaftliche und medizinische Potenzial meiner Arbeit ist einfach zu groß. Außerdem hat mir Mobius eine beträchtliche Vergütung geboten. Eine Beförderung zum Direktor von Beacon ist keine Kleinigkeit. Zuerst soll ich mir aber einen Ruf erarbeiten und Studien in Fachzeitschriften veröffentlichen. Einen Teil von Rubens Forschung für die Patientenbewertung zu nutzen, sollte funktionieren. Es wird ihm vermutlich nicht mal auffallen. Tja, vermutlich. Wir rennen natürlich direkt weiter. Der Zombie ist ja hinter uns her. Oh, Kontrollpunkt. Ist ja immer noch da. Mal eben schauen. Nein, sehr gut. Ach, sag bloß. Da ist einer. Okay. Ich kann ja dann hoffentlich irgendwie die Axt wählen, wenn es denn soweit ist. Ich gehe hier erstmal ein bisschen in die Hocke. Man kann die also anscheinend runterstoßen. Oh, da komme ich gar nicht hin. Okay, man kann die anscheinend runter... Okay, man kann die anscheinend runterstoßen, aber ja nur von hinten. Logischerweise. So, drehe dich mal bitte um. Dann gehe ich nämlich hier weiter. Da können wir... Oh, oh, durchkriechen. Oh, kann ich den vielleicht stoßen? Hihi, sehr gut. So, Moment. Oh. Ja, Moment. Gehe ich jetzt hier weiter? Da ist ein Hebel. Moment, dann gehe ich mal eben hier durch. Und schaue, was da noch so ist. Weil da hinten geht es dann nämlich bestimmt weiter. Oh, hier wäre noch eine Axt gewesen. Ja, schön. Wir haben hier eine. Bei der ich mal wieder nicht weiß, wie ich sie auswähle, wenn es dann soweit ist. So, hier dürfte er uns eigentlich nicht hören. Ah, jetzt kommt er nochmal zurück. Okay, müssen wir warten. Dann stelle ich mich schon mal an diese Ecke hier. Dass wir auch direkt losgehen können, wenn er wieder zurückgeht. Ich weiß halt nur nicht, ob wir das zeitlich schaffen. Ich probiere es einfach mal. Wow. Nice. Können wir die Axt nicht mehr rausziehen? Schade. Huch, nein. Ich wollte da nicht gegentreten. Natürlich nicht. So, hier lasse ich die Brücke runter. Ich glaube, dann hole ich mir nochmal ganz schnell die Axt von da vorne. Ich weiß ja nicht, was jetzt hier noch so auf uns zukommt. Vielleicht können wir sie noch gebrauchen. So. Ja, kannst rausgehen, Julie. Mhm. Jetzt müssen wir dann ins andere Gebäude. Sehe ich das richtig? Über diese... Oh, ja. Was war das? Mal nach unten schauen. Ja, doch. Das geht schon ziemlich weit nach unten. Oh, schon wieder ein Kontrollpunkt. Oh, hier bricht gerade alles ein. Beacon ist nicht mehr weit. Ich muss weiter. Du bist gut. Beacon ist nicht mehr weit. Ich glaube, das ist noch ein ganz schönes Stückchen. Ah, da geht es dann durch. Okay. Moment. Moment, was ist das hier? Moment, was ist das hier? Nun, hier werden Sie wohnen. Die Aussicht kann sich sehen lassen, oder? Scheiße. Das ist... ...etwas mehr, als ich gewohnt bin. Wenn Sie mein Zuhause gesehen hätten. Das ist Vergangenheit. Jetzt gehören Sie zu uns. Hier die Schlüssel. Sie gehören Ihnen. Um Essen, Kleidung und dergleichen müssen Sie sich selbst kümmern. Aber Ihr Bankkonto ist entsprechend dafür ausgestattet. Und das war's? Was soll ich jetzt machen? Was immer Sie wollen. Aber Ihr Einsatz im Crimson Police Department hat absolute Priorität. Sie sind Police Officer und müssen dementsprechend leben und sich verhalten. Ich sage sowas sonst nicht, aber... Danke. Sie sollten uns nicht danken. Wir schenken Ihnen nichts. Sie haben eine spezielle Aufgabe im KPD. Und das alles hier erhalten Sie als Gegenleistung. Okay, Sie haben recht. Tut mir leid. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Machen Sie einfach Ihren Job. Okay. Das bringt ja doch wieder ein kleines bisschen Licht in die Sache. Hier ist irgendwo ein Tresor. Also. Das war jetzt gerade eine Akte von Mobius. Wir wissen, dass Kidman für Mobius arbeitet. Und sie sollte sich in... ins Police Department einschleichen, sage ich mal. Eigentlich nur, um eben die... Ja, die Ziele von Mobius zu erfüllen. Welche das jetzt auch immer waren. Irgendwie an Leslie kommen. Ich weiß es nicht. Es könnte doch ein Tresor sein, ne? Wobei ich gerade nicht weiß, welche Zahl da rauskommen soll. Was ist das hier? Okay, wir schauen erst mal weiter, ob wir hier überhaupt ein Tresor finden. Okay. Es ist zumindest ruhig hier. Aber ein Tresor sehe ich hier gerade noch nicht. Schauen wir mal hier um die Ecke. Da ist einer. Ach, da müssen wir... Moment, wie war das? Müssen wir alle anmachen oder alle ausmachen? Wahrscheinlich alle anmachen, ne? Das wusste ich beim letzten Mal schon nicht. Und da habe ich einfach ein bisschen rumprob... Huch! Ein bisschen rumprobiert. Okay. Fangen wir mal da an. Hä? Ach, da unten ist auch noch eine Zahl? Moment, drei. Ach, ich habe nur eine maximale Anzahl... Ach Gott. An Versuchen. Oh, Moment. Wenn ich den hier anmache, dann sind die beiden anderen an, der in der Mitte müsste aber... Ah, okay. Jetzt mache ich den an, dann gehen die an. Nein! Mann! Nein! Nochmal. Ich möchte das Brieffragment natürlich auf jeden Fall haben. So, also ich mache den an. Ich könnte mir vorstellen, dass das definitiv richtig ist. Wenn ich den hier anmache, dann gehen die an. Dann mache ich den hier an. Das bringt es nicht. Dann gehen die nämlich wieder aus. Nochmal. Also, der definitiv. Das ist klar. Wenn ich den anmache, gehen die beiden hier aus. Logischerweise. Es sind ja immer die, die da dran liegen oder nicht. Aber dann würden die ausgehen. Genau. Und wenn ich den anmache, dann haben wir da das Problem mit den beiden. Ach, Menno. Ich möchte es haben. Ich möchte hier nicht aufgeben. Ich fange mal von oben an. Und ich mache mal erst den. Das bringt mir aber nicht viel, weil dieser hier nicht mit angeht. Ne, das ist schon mal Quatsch. In der Ecke kann ich nicht anfangen, weil der hier dann erstmal mit ausgeht. Wobei vielleicht... Ne, dann kriegen wir den hier nicht an. Ich muss unten rechts anfangen. Und dann gibt es eigentlich gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Den hier, dann gehen die hier an. Der bleibt dann nach wie vor aus. Wenn ich den hier anmache, der geht an, der geht an, der geht definitiv aus. Und dann könnte ich mal schauen... Okay, der geht aus. Wenn ich den anmache, dann gehen ja die beiden wieder aus. Ah, Mist. Ne, und jetzt geht der hier dann aus. Ach, Manno. Ne, nochmal. Ich fange wieder hier an. Weil der bringt es nicht. Dann kriege ich nämlich den unten nicht an. Ne, ich gehe davon aus, dass der unten rechts definitiv richtig ist. Und jetzt ist es eigentlich gar nicht mehr so schwer. So. Der hier geht an. Der geht an. Der geht aus. Dann haben wir ein Problem. Okay. Mache ich den an. Gehen die beiden an. Nur der hier geht aus. Dann könnte ich, wenn der hier aus ist... Wenn ich dann den betätige, wird der auch ausgehen. Und der sowieso... Passt mal auf. So. Mache ich jetzt den an. Ist die Reihe an? Die komplette zweite Reihe senkrecht? Und der aber wieder aus. Ne, Moment. Moment, Moment. Wir kriegen das hin. Drei Versuche noch. Der macht den an. Moment, was ist denn, wenn ich den anmache? Und dann den anmache. Und dann... Ah, nein! Nein! Ich habe mich nur vertan. Nein, ich hätte den linken anmachen müssen. Mist. Wie habe ich das jetzt gemacht? Den. Ähm. Danach den. Shit, wie habe ich das gemacht? Dann habe ich den hier... Ne, Moment. Ich habe den angemacht, ne? Nein! Ja, ja. So ist richtig. So ist richtig. Und jetzt den hier. Ja! Oh Gott sei Dank. Sehr schön. Brief Fragment 4. Nach wie vor keins übersehen. Freut mich. So, was sagt hier unsere Brain-Maschine? Kriegen wir da etwas raus? Wow! Cool! Eine Trophäe! Ein Musikstück! Sehr gut. Können wir es nochmal machen? Na, komm! Ach, Manu. Ich glaube, jetzt kriegen wir nichts mehr raus. So. Moment. Hier ist auch nichts mehr. Oktober 2005. Oktober 2005. Das hatten wir auch in Sebastians Büro. Ich weiß ja nicht, ob hier die Jahreszahlen irgendwie von Bedeutung sind. Um das Ganze nachher zusammenzufügen. Wann was stattgefunden hat. Ah, das sieht doch schon wieder so merkwürdig aus hier. Ah, das sieht doch schon wieder so. Aha. Aha. Das Zeichen scheint der einzige Ausweg zu sein. Ja, wir müssen hier wahrscheinlich wieder irgendwas nachstellen, nachbilden. Skulpturstück 1. Dieses Marmorfragment aus dem Büro scheint Zierde zu sein. Aha. Oh je. Oh je. Hier muss doch irgendwas in diesem Raum sein. Der ist doch nicht umsonst da. Hä? Können wir hier was mitnehmen? Irgendwelche Kanister? Feuerlöscher? Das könnte so ein altmodischer Staubsauger sein. Warum? Moment. Gibt es diesen Raum hier? Können wir hier durchgucken? Oh. Ich weiß ja nicht. So. Ah. Okay. Es tut sich aber noch nichts. Brauchen wir noch ein Stück dafür? Ich weiß jetzt gar nicht. Das unten soll vermutlich nachgestellt werden, oder? Ah. Da muss ja der Stern... Ah. Moment. Müssen wir den Stern nachstellen, oder? So. Bisschen näher hier dran. Aber ich glaube, das passt noch nicht ganz. Vor allem fehlt da oben anscheinend auch noch was. Da nämlich. Eine kleine Ecke. Ich versuche mal hier durchzugehen. Ah. Das geht sogar schon. Ach du Gemini. Ah. Da liegt es. Oh. Was ist denn da an der Wand? Ist nur eine merkwürdige Schattierung, oder? Ah. Die Tür hätte es jetzt auch ein bisschen schneller öffnen können. Wenn ein Wasserspender spinnt zum Verstecken. Das heißt, hier ist irgendwo einer. Oder aber hier kommt noch irgendwo einer. Ah. Boah. Das hat mich ein bisschen erschrocken. Ich weiß aber nicht, ob der uns gesehen hat oder gehört hat, sodass der jetzt auf dem Weg hierhin ist. Die Geräusche kommen auf jeden Fall näher, glaube ich. Woher kommst du hierhin, mein Freund? Ah. Ich glaube, er kommt. Es wird zumindest ein bisschen lauter und ich höre Schritte. Na, was ist jetzt? Jetzt hört sich doch wieder weit weg an. Ich glaube, der kommt nicht. Geh mal bitte hier in Deckung. Oh. Oh oh. Es ist gerade leider so dunkel. Ich sehe hier ohne Taschenlampe nichts. Ich kann... Ah, doch. Da hinten könnte er stehen. Doch, das ist er. Passt mal auf. Hört er nicht. Da ist er. Oh. Na gut, wenigstens haben wir ihn jetzt aufmerksam gemacht. Und wir haben ja noch eine Axt, ne? Das heißt, wenn er hier langläuft und uns dann den Rücken zudreht, können wir ihn hoffentlich ausschalten. Na, komm. Komm, komm, komm. Ich glaube, der kommt wieder nicht. Ich glaube, der kommt nicht. Ich weiß, ich bin dann immer so ein bisschen ungeduldig. So, nochmal in Deckung gehen. Wo ist der? Ich sehe gerade gar nichts. Echt? Also links? Oh oh. Oh oh, geh. Mal bitte aus der Deckung. Und wieder da rein. Kommt der jetzt doch? Ja, kommst du, oder nicht? Mann. Pass mal auf. Wir locken den jetzt nochmal an. Mal in Deckung. Geh rein, geh rein, geh rein. Ah, jetzt kommt er. Das hört sich doch schon besser an. Na, jetzt komm doch hier hin. Du blödes Vieh. Ist der vielleicht rausgegangen? Jetzt hört es sich nämlich ganz weit weg plötzlich an. Oh, komm schon. Hey! Geh rein, geh rein. Immer noch nicht. Mann. Ach, komm schon. Ich schleiche mich da jetzt an irgendwie von hinten. Das Blöde ist halt, dass ich sie hier so gut wie gar nicht sehe. Da hinten. Okay, ich laufe jetzt gerade hier wirklich in schwarze rein. Ich kann gerade... Ah, okay. Alles klar. Ich würde gerne da hinten... Da ist doch noch ein Raum, oder? Ich würde da eigentlich gerne rein. Da geht sie rum. Und da geht sie rum. Puh! Doch noch geschafft. Sehr gut. So, dann können wir uns nämlich hier nochmal kurz umschauen. Oktober 2005 steht natürlich auf dem Kalender. Ah! Hä? Was macht denn hier so Geräusche? Ach, hier ist wahrscheinlich gar nichts drin, ne? Hier hätten wir uns nur verstecken können und sie vielleicht nochmal anlocken können. Na gut. So, jetzt schnell zurück. Oh, oh. Ah! Boah. Also ganz ehrlich, das hasse ich an dem Spiel. Nein, eigentlich liebe ich es. Wenn dann plötzlich irgendwas einbricht, brauchen noch mehr Teile. Ne, doch nicht. Na. Schon? Nee, ist noch nicht ganz richtig. Hm. Ja, das ist so schwer mit dem Gamepad hier die richtige Position zu finden. Ja, nochmal ein bisschen nach vorne und jetzt nochmal ein bisschen... Ach, wie cool. Ne, ganz ehrlich, das finde ich an dem Spiel, an dem DLC eigentlich richtig gut. So was. Das ist Ihre letzte Chance, sich uns zu beweisen, Kit. Enttäuschen Sie uns nicht. Bringen Sie uns den Jungen. Aufhören! Raus aus meinem Kopf! Ja, genau so was meine ich. Wenn hier irgendwas einbricht, diese plötzlichen, lauten Sounds. Also es passiert gar nichts Gruseliges. Es ist einfach nur der Sound, der dann so laut wird und man sich trotzdem dann so erschreckt. Das finde ich eigentlich echt gut. Oh, was ist denn da für ein auffälliges Gemälde? War das hier ein Museum oder so? Oh. Oh. Ja, ich könnte mir vorstellen... Oh. Das Auge, was alles beobachtet. Ah, Kätzchen! Hey! Ach, sehr schön. Da fühle ich mich erstmal sicher. Ja! Was haben wir hier? Eine mittelalterliche Stadt. Aber nicht wirklich etwas Besonderes auf dem Bild, oder? Okay, wir speichern auf jeden Fall erstmal. Genau. Setz dich ein bisschen hin, Julie. Ruhe dich aus. Nimm das Kätzchen auf den Schoß. Und dann geht's auch direkt schon weiter. Und dann geht's weiter. Ja, wir sitzen jetzt malισkelijk Lantern. Mandeln, du sollst du dich it 真的 ause? hel yol,ão.